1. Historisches Finale in der Copa Libertadores bei der 59. Auflage des südamerikanischen Paddas zur Champions League kommt es erstmals zu einem rein argentinischen Endspiel. Nachdem sich Zerka River Plate bereits am Dienstag gegen den brasilianischen Titelverteidiger Gremio Porto Alegre durchgesetzt hatte, folgten die Boca Juniors dem Staddrivalen aus Buenos Aires in die beiden Finalspiele. Im sechsmaligen Titelträger reichte nach dem 2 zu 0 im Hinspiel gegen das vom früheren Selecker-Coach Luis Felipe Spolari trainierte Seepalme-Iras in Sao Paulo ein 2 zu 2 1 zu 0 zum Finaleinzug. Das Team um die früheren Gaucho-Stars Carlos Tevez und Fernando Gago kann nun mit einem weiteren Triumph zu Rekordsieger Zerka Independiente, ebenfalls Argentinien, mit dann sieben Titeln gleichziehen. River Plate gewann den Wettbewerb bereits dreimal, zuletzt 2015. bei den Touren von Ramon Abila, 17. sowie Dario Benedetto, 70. Der bereits im Hinspiel zweimal getroffen hatte, sorgten Juan, 52. und Gustavo Gomez, 60. V-Elfmeter, mit der zwischenzeitlichen Führung für Hoffnung bei den Palmeiras-Fans unter den 40.299 Zuschauern. Mit Spolari auf der Bank hatte Brasiliens Rekordmeister 1999 zum bislang einzigen Mal den Libertadores Cup gewonnen. 1 2 3 4 4 3